Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge mit mir. Ihr denkt sich gerade, was ist los mit ihm? Warum? Das ist nicht auf mein Handy. Ja Leute, ich nehme jetzt nicht auf dem Handy auf, sondern auf den schönen PC. Ich hoffe, alles mit der Bildschirmaufnahme ist gut. Und was machen wir denn heute so? Heute fahren wir eine Runde zu einer Testfahrt. Von keiner Map, aber ja. Also ihr habt bestimmt schon gemerkt, wie das mit dem Baustil ist, dass es von diesem Kevin Itchmann ist. Und, ja. Ihr denkt jetzt, hat er ein Mikrofon gekauft? Nein. Ja, weiß ich nicht, ob man das Mikrofon nennen kann. Auf jeden Fall ist dann ein Mikrofon eingebaut. Und zwar, ich hoffe, ihr hört mich auch. Ähm, und ja. Das ist jetzt keine richtige Folge, sondern heute ist nur eine kleine Testfolge. Folge. A2. Wir fahren mal jetzt gerade aus. Um dann zu gucken. Ich check mal kurz alles ab. Yep. Das ist alles super. Wenn der Sound für euch viel zu leise ist, von den Summons hier, von dem Bus, wenn die Sounds von dem Bus leise sind, dann ist es halt leider so. Nein. Also mich höre ich gerade nicht, aber ich habe gerade gesehen, dass man auf jeden Fall hoffentlich mal was gehört hat. Morgen kommt dann eine richtige Folge. Dieses Video wird, glaube ich, sogar noch am Sonntag rauskommen und nicht am Montag um 12. Denn wir machen jetzt eine kleine Tour. Obwohl ich aufnehme, habe ich immer noch eine gute FPS-Anzahl. Ihr seht das da oben, hoffe ich mal auf 50 FPS. So. Hättet ihr eine Linie entlang? Ja, ja, mecker nicht. Tut mir leid, wenn ich hier jetzt gerade wie eine besenkte Sau fahre. Die 256 fährt hier. Oh, jetzt alle, weil ich soll jetzt schnell gehen. Ah. So. So. Hmm. So. 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 Warte, warte, Marco, was ist denn hier los? Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Ach komm, wir fahren nach links. Hä, was ist denn da los? Hier ist Stau. So, dann gucken wir mal, dass hier mal ein bisschen Stimmung macht. Oh nein. Und zwar fahren wir hier mit. Geh. Poster. Geh Poster. Wir fahren nicht Ruhrgebiet. Äh, ich meine, wir fahren nicht gleich weg, sondern Ruhr. Ja. Und, ja. Also am Montag, denke ich mal, um 12 Uhr kommt dann ein anderes Video. Ich versuche jetzt wieder jeden Tag ein Video rauszuhauen. Vielleicht kann es manchmal auf dem Handy sein, manchmal auf dem PC. Mal gucken. Oder es wird gern sein auf dem PC sein. Mal gucken, wie ich so mache. Wie ich das so mache. An sich habe ich immer noch eine gute App-Performance. Das ist auch gut so. Ne? Also, ich mache das jetzt gerade nur einen Test. War's. Zu Pottrop. Naja, ich verabschiede mich mal hier. Von hier. Ähm. Morgen kommt ein anderes Video. Und dann sage ich mal, haut rein. Ciao, ciao, ciao.